Musik Gut, dass es immer wieder Leute gibt, die sich für die Mathematik interessieren oder sich aus irgendwelchen Gründen mit der Mathematik beschäftigen dürfen oder auch müssen. Für Sie an den Bildschirmen wird wohl eine dieser Tatsachen zutreffen und dies eröffnet mir die Möglichkeit, Sie recht herzlich zur ersten Sendung im Grundkurs Mathematik begrüßen zu dürfen. Zahlen sind die Basis für alle unsere Rechenoperationen und deshalb werde ich nun kurz versuchen, Ihnen den Zahlenbegriff geschichtlich herzuleiten, so wie ich mir die Entstehung vorstellen könnte. Unsere Vorfahren wurden seit Beginn ihrer Existenz dazu gezwungen, einen Zahlenbegriff aufzubauen. Musik Drei Äpfel lassen sich auf drei Kinder problemlos verteilen. Musik Sicher war es für unseren Urmenschen anfangs sehr schwierig, eine gedachte Zahl von den gezählten Gegenständen trennen zu können. Denn stellen Sie sich mit unserem heutigen Wissen einmal vor. Drei ist die Anzahl der Kinder und drei ist aber auch die Anzahl der Äpfel. Dann könnte oder müsste doch auch das Kind gleich dem Apfel sein. Das wird wohl Anlass zum Nachdenken gegeben haben. Nachdem man die Zahl von der Sache trennen konnte, musste der damalige Mensch versuchen, die Zahlen darstellen zu können. Höhlenaufzeichnungen weisen darauf hin, dass vor dem Worteschreiben Mengen und Anzahlen von Elementen dargestellt wurden. Dies war für die Familienplanung auch sehr von Nöten. Musik Für jedes Kind wird ein Strich an die Wand gezeichnet. Das vierte Kind, ein vierter Strich. Die vier Striche, die Sie im Film gesehen haben, hatten bereits damals mit einem Zahlensystem zu tun. Es war die Geburtsstunde der Menge der natürlichen Zahlen und eine erste Art ihrer Darstellung. Mit der Aufzeichnungsmöglichkeit über Striche hatte jede Darstellung ihre Wertigkeit. Oder die letzte Nummer stellt die Zahl dar, die die Anzahl der Gegenstände angibt. Und somit war man schon beim Zählen. Denn man zählt, indem man die zu zählenden Gegenstände nummeriert. Das letzte Element ist Nummer sieben. Daher handelt es sich um sieben Elemente. Oder weitergezählt. Das letzte Element ist Nummer neun. Es handelt sich um neun Elemente. Die Darstellung an der Hand, die ja auch möglich ist, funktionierte nur bis zu fünf oder ausgeweitet zehn Elementen. Die Schreibweise über Striche konnte unendlich weit ausgebaut werden. Da man bei jeder Überprüfung die einzelnen Striche nachzählen musste, wurde nach einer sofort überblickbaren Darstellungsart gesucht, die nach und nach dann zu den heutigen natürlichen Zahlen führte. Wir könnten an dieser Stelle auch über verschiedene entwickelte Zahlensysteme sprechen. Meist beruhen sie auf der Anzahl unserer Finger oder Zehn. So finden sich die Fünffinger einer Hand im Fünfer-System bei den Griechen und Chinesen, unser Zehn-Zehner-System bei den Ägyptern und Babyloniern oder das Zwanziger-System bei den Indern. Das Zehn-Zehner-System, das ebenfalls bei den Babyloniern verwendet wurde, taucht heute noch in unserer Kreisteilung von 6 mal 60 Grad auf oder bei unserer Zeitangabe mit 60 Sekunden und 60 Minuten. Mit unserer Zehner-Ordnung, die wir heute verwenden, bei der immer zehn Einheiten die nächst höhere Einheit bilden, ist es uns möglich, mit unseren Fingern, solange noch alle Finger erhalten sind, bis zehn zu zählen und auch anzuzeigen. Mit der Fünfer-Ordnung ist es uns möglich, mit unseren beiden Händen bis 30 zu zählen. Kurz vorgeführt, die rechte Hand steht für 1, 2, 3, 4 und 5. Der Daumen der linken Hand bedeutet auch den Wert 5. Daumen-linke Hand plus Daumen-rechte Hand ist somit 6. Plus der Zeigefinger-rechte Hand 7 und so weiter. Die Finger der linken Hand zeigen also die Werte 5, 10, 15, 20 und 25. Und dann noch die fünf Finger der rechten Hand dazu, sind wir bei der Zahl 30. Haben Sie das verstanden? Dann versuchen Sie doch mal, die Zahl 18 darzustellen. Sind Sie soweit? Vergleichen wir mal. Drei Finger links für 15 plus drei Finger rechts gibt 15 und 3 ist 18. Oder was bedeutet vier Finger links und ein Finger rechts? Haben Sie es wieder? 20 für die vier Finger links plus 1 von der rechten Hand ist 21. So, das können wir jetzt. Heute wählen wir als Schreibweise für die Menge der natürlichen Zahlen als Symbol ein großes N mit doppeltem Anfangstrich. Oder einer anderen Veränderung des Großbuchstabens N. Da in Europa bis in das 13. Jahrhundert hinein ohne die Zahl 0 gerechnet wurde, war klar, dass die Menge der natürlichen Zahlen mit der 1 begann und dazu ganz zahlig immer eine nachfolgende Zahl vorhanden ist. Die Folge der natürlichen Zahlen hat also kein Ende. Es gibt demnach keine letzte natürliche Zahl. In der Mengenschreibweise dargestellt, N ist die Menge der Zahlen 1, 2, 3 und so weiter in einer Mengenklammer geschrieben. Was machte aber unser Urmensch, als diese natürlichen Zahlen für die Darstellung seines Denkens nicht mehr ausreichten? Bei vier Kindern klappt das mit den drei Äpfeln nicht mehr. Er sah plötzlich ein, dass es in Wirklichkeit Ereignisse gibt, bei deren Darstellung man mit den natürlichen Zahlen nicht auskommt. Eine Erweiterung des Zahlenbegriffs war daher notwendig. Und schon schlug die Geburtsstunde der ganzen Zahlen. Für den einen Apfel zu wenig setzte der Urmensch einen waagrechten Strich vor den senkrechten Strich und hatte somit die größte negative ganze Zahl minus 1 kreiert. Zwei Äpfel zu wenig waren minus 2 und so weiter. Heute kann man die Notwendigkeit von negativen Zahlen an anderen Beispielen zeigen. Bei der Temperaturmessung in Grad Celsius ist es ein gewaltiger Unterschied, ob man eine Temperatur 10 Grad über Null oder 10 Grad Celsius unter Null misst. Zur Kennzeichnung der entgegengesetzten Tendenzen werden die jeweiligen Angaben mit Vorzeichen versehen. In unserem Beispiel plus 10 Grad und minus 10 Grad Celsius. Es muss dabei aber ein Bezugspunkt existieren, von dem aus gemessen wird. Ein solcher Bezugspunkt könnte auch die Meereshöhe sein, zum Beispiel bei der Angabe von Höhenlagen unterschiedlicher Orte. Sie können auf Erhebungen 200 Meter über dem Meeresspiegel oder in Senken 200 Meter unter dem Meeresspiegel liegen. In der Mathematik wurde als Bezugspunkt die Null gewählt, eine ganz bedeutende und gefährliche Zahl. Die negativen ganzen Zahlen sind die Bildpunkte von einer Punktspiegelung der natürlichen Zahlen am Bezugspunkt Null. Ordnet man die natürlichen Zahlen auf einer Geraden rechts vom Bezugspunkt Null an und spiegelt diese Punkte am Punkt Null, so entstehen die Bildpunkte 1 Strich, 2 Strich, 3 Strich und so weiter. Wählt man dafür die Schreibweise unseres Urmenschen, erhalten wir minus 1, minus 2 und so weiter. Das Minuszeichen ist das Vorzeichen der Zahl. Die mit dem Vorzeichen Minus versehenen Zahlen ergänzen die natürlichen Zahlen mit dem Spiegelpunkt Null zu den ganzen Zahlen Z. Als Symbol wählt man den Großbuchstaben Z mit doppeltem Anfangstrich oder einer anderen Kennzeichnung. Z ist die Menge der Zahlen beginnen wir mal bei minus 3 über minus 2, minus 1, 0, 1, 2 und so weiter in einer Mengenklammer geschrieben. Durch die Wahl des Bezugspunktes Null haben wir in der Mathematik die Möglichkeit, unendlich große und unendlich kleine Zahlen bilden zu können. Vielleicht kommt daher auch die Definition der Zahlengeraden, die von minus unendlich kommend bis plus unendlich reicht. Zu welcher Zahlenmenge zählen wir jetzt die Null? Aufgrund unserer geschichtlichen Entwicklung verstand man unter den natürlichen Zahlen die positiven ganzen Zahlen. Die Spiegelung am Nullpunkt ergab die negativen ganzen Zahlen. Wo bleibt also die Zahl Null? Eine Frage, über die sich die Gelehrten heute noch uneinig sind. Im Grundkurs wenden wir eine Definition an, die sagt, dass unter den natürlichen Zahlen die nicht negativen ganzen Zahlen zu verstehen sind. Und somit ist klar, dass die Zahl Null zumindest bei uns jetzt hier zur Menge der natürlichen Zahlen zählt. Zusammengefasst kennen wir jetzt. Die Menge der natürlichen Zahlen N ist die Menge der Zahlen 0, 1, 2 und so weiter. Und die Menge der ganzen Zahlen z ist die Menge der Zahlen von minus unendlich kommend über minus 2, minus 1, 0, 1 und 2 bis plus unendlich. Mit diesen beiden Zahlenmengen konnte unsere Familie aus dem Anfangsfilm eine Zeit lang gut leben. Bis an dem Tag, an welchem für vier Kinder nur noch sechs Äpfel übrig blieben. Der Vater überlegte hin und her, wie er die sechs Äpfel gleich an die vier Kinder verteilen konnte. Nach einer kurzen Zeit kommt ihm die Idee des Teilens. Und siehe da, ohne dass es Vater Urmensch damals wusste, hatte er neue Zahlen ermittelt, die nicht ganzzahlig waren, es waren Teile eines Ganzen. Die Zahlenwelt der rationalen Zahlen, der mit der menschlichen Vernunft noch vorstellbaren Zahlen, war gefunden. Jedes Kind bekam drei halbe Äpfel. In der Bruchschreibweise 3, Bruchstrich 2 oder allgemein A durch B, wobei das oberhalb des Bruchstriches mit Zähler und das unterhalb des Bruchstriches mit Nenner bezeichnet wird. Brüche entstehen bei der Teilung eines Ganzen oder mehrerer Ganzer. Ein Nenner Null wird ausgeschlossen. Brüche, deren Zähler kleiner als die Nenner sind, wie zum Beispiel 4 Fünftel oder 2 Siebtel, heißen echte Brüche. Brüche, deren Zähler größer oder gleich sind als der Nenner, wie zum Beispiel 5 Drittel oder 4 Viertel, heißen unechte Brüche. Und auch von Dezimalbrüchen, wie zum Beispiel 1,24 oder 0,134, haben Sie sicher schon gehört. All diese positiven, aber auch negativen Bruchzahlen gehören genauso wie die bereits bekannten ganzen Zahlen zur neuen Zahlenmenge der rationalen Zahlen. Als Symbol verwenden wir ein großes Q mit doppeltem Anfangstrich und können die Zahlen in der aufzählenden Schreibweise gar nicht mehr darstellen, da sich bereits zwischen minus 1 und 0 unendlich viele Zahlenmöglichkeiten befinden. Um sich die Zahlenmenge Q besser vorstellen zu können, verwende ich die Zahlengerade. Zuerst die natürlichen Zahlen eingezeichnet. Dann die ganzen Zahlen und dann auch noch die rationalen Zahlen, wobei wir gar nicht so viele Striche zeichnen können, wie es zwischen minus 4 und plus 5 gibt. Eines sehen Sie aber. Die natürlichen Zahlen sind eine Teilmenge von den ganzen Zahlen und diese wiederum eine Teilmenge von den rationalen Zahlen. Setzt man jetzt noch an das Q oben ein Plus, so meint man die positiven rationalen Zahlen. Oben am Q ein Minus, die negativen rationalen Zahlen. Und unten vielleicht noch eine 0, zum Beispiel bei Q 0 Minus, so hat man die negativen rationalen Zahlen mit der 0. So, jetzt haben wir das erste wichtigste Rüstzeug für unsere Mathematik beisammen. Denn die Zahlenlehre bildet die Grundlage für die Mathematik. Äpfel könnten zwar später wieder einmal als Platzhalter auftauchen, aber nicht mehr zur Darstellung von Zahlen. Und weil uns die Darstellung an der Zahlengeraden am einleuchtendsten erschien, möchte ich auch die Grundrechenarten, mit denen sich die Menschheit im weiteren Verlauf ihrer Entwicklung zu beschäftigen hatte, an dieser Zahlengeraden erklären. Zuerst ein paar grundlegende Dinge. Um die Rechenzeichen Plus und Minus von den Vorzeichen zu unterscheiden, schließt man die Zahlen mit ihren Vorzeichen in Klammern ein. Positive Zahlen, hier plus 3, zeigen an der Zahlengeraden nach rechts. Negative Zahlen, hier minus 5, nach links. Und sie können beliebig verschoben werden. Als erstes versuchen wir jetzt die Addition. Bei der Addition werden die Summanden unter Berücksichtigung der Vorzeichenregeln zu einem Summenwert zusammengefasst. Als Beispiel plus 3, plus, plus 5. An der Zahlengeraden dargestellt, positive Zahlen schauen nach rechts. Aneinander gehängt ergibt sich eine spitze Fußkopplung und als Ergebnispfeil der Summenwert plus 8. Ein anderes Beispiel. Plus 6, plus, minus 2. Die plus 6 sieht nach rechts als positive Zahl. Die minus 2 nach links als negative Zahl und kann zu einer spitze Fußkopplung zusammengeschoben werden. Es ergibt sich als Ergebnispfeil plus 4 als Summenwert. Oder noch die Addition von zwei negativen Zahlen, zum Beispiel minus 2, plus minus 4. Negative Zahlen schauen nach links. Zu einer spitze Fußkopplung zusammengeschoben ergibt sich der Summenwert minus 6. Ich nehme an, Sie haben jetzt die Addition an der Zahlengeraden verstanden und wir können als nächste Grundrechenart uns die Subtraktion bildlich vorstellen. Eine Zahl wird subtrahiert, indem man ihre entgegengesetzte Zahl addiert. Somit wird auch aus der spitze Fußkopplung eine spitze Spitzekopplung. Zuerst einmal die Subtraktion zweier positiver Zahlen. Zum Beispiel plus 5, minus plus 2. Beide Zahlen zeigen nach rechts. Zu einer spitze Spitzekopplung zusammengeschoben ergibt sich der Ergebnispfeil plus 3. Die Zahl plus 3 stellt den Differenzwert der Subtraktionsaufgabe dar. Subtrahieren wir nun nach der erlernten Methode zwei negative Zahlen voneinander, denn die vielen Vor- und Rechenzeichen machen ja meistens die größten Probleme, was hoffentlich nach der heutigen Sendung nicht mehr so sein wird. Ich wähle mal minus 4, minus minus 6. Negative Zahlen schauen nach links. Also minus 4 vom 0.4 nach links, minus 6 vom 0.6 nach links. Und nun zu einer spitze Spitzekopplung zusammengesetzt erhalten wir als Ergebnispfeil plus 2. Demnach ist der Differenzwert von minus 4 minus minus 6 gleich plus 2. Und das ohne große Vorzeichenregeln. Wenn man sich das Ganze ein paar Mal bildlich vor Augen geführt hat, kann man all diese Aufgaben auch mit den Ihnen vielleicht noch bekannten Vorzeichen-Rechenzeichenregeln lösen. Vielleicht können Sie sich noch an eine Aufstellung Ihres früheren Mathematiklehrers erinnern, die Ihnen etwa so ausgesehen haben könnte. Einfach gesagt, gleiche Zeichen geben Plus, ungleiche Zeichen geben Minus. Wir wollen zum Ausgang unserer heutigen Sendung noch etwas mit unseren Zahlenmengen spielen. Denn wenn Sie die Mathematik als Spiel betrachten, wie zum Beispiel das Zahlenkartenspiel Skippo oder das alte schwarze Peterspiel, fällt alles viel, viel leichter. Lassen wir unser Spiel mal beginnen. Ich habe es. Jetzt habe ich ein Pärchen. Wenn Sie genau beobachtet haben, war erkennbar, dass die beiden Kartenspieler Karten mit gleichen Bildern besaßen, nämlich diese, welche sie ablegten. Nehmen wir jetzt mal an, die Karten des ersten Spielers entsprechen einer Menge M1, die des zweiten Spielers einer Menge M2. so sind in den beiden Mengen gleiche Elemente enthalten. Diese Elemente bilden die Schnittmenge der beiden Mengen. An einem Modell mit Zahlen, die Menge M1 besteht aus den Zahlen 3, 5, 7, 9 und 11, die Menge M2 aus den Zahlen 2, 4, 5, 7, 10 und 12, so sind die Zahlen 5 und 7 Elemente beider Mengen und bilden somit die Schnittmenge M1 geschnitten M2. Der nach unten geöffnete Halbbogen ist das Zeichen für geschnitten mit. Nachdem wir jetzt wissen, was man unter einer Schnittmenge versteht, wollen wir uns wieder unserem Kartenspiel zuwenden. Wie so oft im Leben wird so lange gespielt, bis es zum Zerwürfnis kommt. Wir aber wollen etwas Positives daraus entnehmen. Sowohl die Menge M1 der Karten des ersten Spielers als auch die Menge M2 der Karten des zweiten Spielers wurden miteinander vermengt. Sie bilden jetzt die Vereinigungsmenge der beiden Mengen. Auch dies an unserem Modell mit Zahlen. Unsere beiden bekannten Mengen M1 und M2 werden in einer großen Menge vereint, welche die Elemente beider Mengen beinhaltet. Identische Elemente müssen nur einmal angegeben werden, in unserem Fall die 5 und die 7. Und wir erhalten die Vereinigungsmenge M1 vereinigt M2. Der nach oben geöffnete Halbbogen ist das Zeichen für vereinigt mit. Jetzt wissen Sie auch, was man unter der Vereinigungsmenge zweier Mengen versteht. Zur Überprüfung unseres Wissens überlegen wir, was die Schnittmenge aus der Menge der natürlichen Zahlen und der Menge der ganzen Zahlen ist. Natürliche Zahlen 0, 1, 2, 3 und die ganzen Zahlen vom Minusunendlich kommend über Minus 1, 0, 1 bis Plusunendlich geschnitten mit Z ergeben die natürlichen Zahlen N. Die natürlichen Zahlen vereinigt mit Z ergeben die Menge der ganzen Zahlen Z. So, die Zeit neigt sich dem Ende. Ihre Konzentration hat ausgereicht, der Anfang für den Grundkurs Mathematik ist geschafft. Es wäre nun schön, wenn Sie die Zeit hätten, sich die ergänzenden Beispiele im Begleitmaterial noch anzusehen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Heinz Gascher ist das